Mittlerweile ist durchaus viel verkehr bei uns unterwegs und damit herzlich willkommen zurück zu voxel tycoon mit bild aber ohne mit ton aber ohne bild so rum also schon mit bild aber ohne facecam jetzt haben wir es ganz genau ich hatte nämlich gerade keine lust mit meinen frisch gewaschen haaren hier vor die facecam also habe ich mir gedacht komm lass weg spielt es auch keine so große rolle so und wir sind eigentlich mittendrin im geld verdienen wir haben mittlerweile schon wieder fast eine million diesmal sieht man es auch ich habe am letzten mal glaube ich meine facecam genau über dem geld gehabt aber ist ja auch normalerweise nicht so wichtig beim zugucken hauptsache ich sehe wie viel geld wir haben ich muss ja entscheiden was wir als nächstes bauen können und was nicht so wir waren dabei wir waren dabei gewesen hier den ringschluss zu machen für den fall dass wir da hinten noch was anliefern müssen im moment glaube ich noch nicht ganz so wichtig bzw wenn wir den sand irgendwie nach da oben bringen was noch nicht wirklich der fall ist und hier will auch keiner sein hier wollen sie sand aber da bringen wir ja gerade sand hin so wo ich das level gerade geladen hatte kam meldung dass texarkana jetzt dieses city status hat und auch gleich noch stein akzeptiert wir haben also unseren ersten ruf nach stein dem wollen wir doch eigentlich gleich nachkommen es wird ein bisschen kompliziert nicht den stein ranzuholen sondern tatsächlich den stein und die den stein unter die leute zu bringen denn wir haben hier im prinzip so gut wie kein blitz mehr irgendwas hinzubauen muss mal suchen also man könnte das so machen so quasi hinterhof mentalität aber arg viele andere möglichkeiten sehe ich hier nicht da haben wir noch 93 prozent profit da sind sogar nur 89 also wird schwierig ich meine wir könnten das wirklich hier hin bauen ja komm was soll's machen wir texarkana east ist überhaupt east oder zu norden ich glaube wir haben hier gar keinen norden süden westen osten also ist das ein bisschen schwierig wenn das da osten ist dann machen und drehen wir mal die kamera mal so jetzt sind falls alle verwirrt jetzt bin ich selbst verwirrt ich drehe die wieder ich drehe die wieder so so kurz ähm oh ne da akzeptiert mir holzplanken das ist schön gut also ist nur die frage wie kriegen ach so texarkana hat ja so gar keinen bahnhof das müssten wir quasi hier abliefern und dann per lkw dahin karten auch doof und ich habe hier auch nicht wirklich platz im bahnhof für texarkana zu bauen ja was mache ich denn da wir könnten theoretisch hier noch einen bahnhof hin bauen aber das gelbe vom eis ist jetzt auch nicht unbedingt ich meine wir könnten um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren drauf scheißen dass die da stein wollen und uns erstmal um anderes kümmern ich gehe mal davon aus dass texarkana auch weiter wächst auch wenn sie keinen stein bekommen hier ist ja in hawaii alles in ordnung hawaii wird übrigens sehr angekratzt was die hauptstadt mentalität hier angeht wir haben hier 1040 und texarkana 1011 also ist vielleicht gar nicht mal so schlecht dass wir texarkana ein bisschen im stich lassen dann ist unsere nummer eins position von hawaii nicht angegriffen ich weiß gar nicht warum ich so verteidige aber ich fände das cool das ist unsere gründerstadt unsere erste stadt ich finde die soll auch hauptstadt bleiben und für eine hauptstadt gehört es dass sie die meisten einwohner hat auch wenn es genug beispiele in der welt gibt wo das nicht der fall ist aber ja gut dann ist trotzdem die frage was kostet uns denn das hier 1,2 millionen ich hatte ja vermutet wenn ich vermutet rum überlegt was wir als nächstes kaufen ob wir uns jetzt hier die nächste eisenerz mine sichern oder ob wir nicht dann doch auf kupfer gehen so und dann wo ich das jetzt gerade sehe mit kupfer ich habe die tage mal wieder an meinem privaten spielstand rumgespielt und dabei habe ich etwas entdeckt was ich jetzt auch direkt sagen muss weil das klingt sonst blöd wenn ich das dann irgendwann ganz überrascht feststelle ich habe mir mal angeschaut was man hier alles noch so entwickeln kann wenn man dann hier so schaut da gibt es dann hier zum beispiel kupferschmelzen und so weiter gibt es wenn man hier weiter geht in den baum elektronik produktion elektronik produktion 2 elektronik devices production computing devices und dann steht da folgender satz erfinde den ersten computer um das spiel zu gewinnen das hat mich etwas sehr verdutzt also dieses spiel hat tatsächlich ein ziel das war mir so erstmal gar nicht klar also ich sag jetzt mal bei transport tycoon war es entweder das ziel seine konkurrenten platt zu machen oder halt einfach bis zum jahr 2050 quasi liquide zu sein also das einfach nur zu erreichen im prinzip quasi open end spiel mit dem einzigen ziel hat geld zu verdienen aber dieses spiel scheint tatsächlich ein spiel ziel zu haben und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht was passiert wenn wir dann den dingen diese computertechnologie erfunden haben kommt dann hier groß sie haben gewonnen und das ist dann vorbei oder gut ich meine es wird ein bisschen dauern man hat ja gesehen wie viele stufen dazwischen liegen und ich weiß nicht was das alles an geld und materialien kostet aber trotzdem ich bin ich war etwas war ich da so ist da ach das hat mir gesagt lassen wir leer laufen weil wir da hinten jetzt ja ich erinnere mich dann kann mal dass da jetzt auch abreißen so ich bin überlegen ob wir da nicht noch eine weitere sägemühle brauchen sägewerk brauchen ich habe gesehen hier gibt sie die wollen auch sand ich glaube die steht aber kurz vorm konkurs oder nötigen geht es noch gut hier gibt es noch kein knopf um sie zu retten wir könnten uns überlegen hierher sand zu liefern das würden wir zumindest schon mal gebacken bekommen das sollte auch nicht allzu schwierig sein ja ich würde ganz gerne okay dann halt nicht ich das da jetzt okay 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 so 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 Und wo kommen wir eigentlich mit unserem Sand? Wir kommen von da unten. Ah, okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir nicht die Lagerhäuser schon bräuchten, aber die habe ich nur schon mal prophylaktisch hingebaut, dass uns da die Stadt keine Wohnhäuser hinsetzt. Also wir kommen von da unten, fahren dann hier rechts ab, einmal den Bahnhof durch, biegen dann nach da ab und fahren da hoch. Gut. Das geht also und dann kommen wir von der Seite hier wieder runter und fahren dann... Nein, nicht den. Fahren dann hier geradeaus drüber. Da wieder runter. Funktioniert auch. Das heißt, wir brauchen eigentlich sonst gar nichts weiter Bahn. Wir können direkt den Zug losschicken. Finde ich. Gut. Gut. Dann Depöchen. Ein Depöchen mit... Ach komm, nehmen wir das Ding. Und dann klatschen wir da... Ich glaube zwei Sandeimer reichen erstmal. Ich bin etwas irritiert, dass das hier nur zwei Sand weniger sind, aber das halt mal knapp 4000 Euro weniger kostet. Gut. Der wiegt ein bisschen mehr, aber komm, wir versuchen es erstmal mit zwei von denen. So. Und dann brauchen wir jetzt hier... Äh... Was war da oben? Hanes war das glaube ich. Hanes Sand Anlieferung. So. Full load dort und normales unload dort. So. Man kann ja eigentlich schon los. Dann brauchen wir noch schnell, bevor ihr hier ankommt, ein Lagerhaus. In dem Sand gelagert werden kann. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Auslieferungsfahrzeug. Da hätte ich jetzt als erstes mal hier so eingenommen. Nicht weil er billiger ist, sondern weil er weniger transportiert und weniger Unterhaltskosten im Monat hat. Das ist dann entsprechend jetzt Hanes Sand Verkauf. Verkauf. Äh... Der soll... ... normales load machen und ein full unload... Achso. Hehehe. Ähm... Ja. Stimmt. Da war ja noch was. Nein, ich will keine Destination picken. Jetzt geh weg. So. Äh... Öh... 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 Kann man denn... da nicht hinbauen? Dann muss ich den da hinbauen. Hilft ja nix. Dann baue ich mal. So. Dann brauchen wir hier ein full unload. Und... Der kann los. Was war jetzt hier? Texarkana akzeptiert mehr Kohle. Ja. Ach. Kohle akzeptiere ich auch immer sehr gerne mehr. Bin ich immer offen für. Gut. Dann können wir doch mal schauen. Und theoretisch müsste der hier schon voll beladen unterwegs sein. Sehr schön. Finde ich übrigens lustig, dass die Züge beim Durchfahren von dem Bahnhof trotzdem langsamer werden. Hä? Achso. Saving. Ich denk grad. Das ist ja so abrupt an der Ampel, wollte ich grad sagen, im Signal stehen geblieben. So. Ich nehm auch auf. Ich nehm auf tatsächlich. Wär jetzt nach 13 Minuten auch blöd, wenn ich jetzt feststellen würde, dass ich nicht aufnehme. Ach. Bei denen ist es oben offen. Das sieht man wie viel drin ist. Bei den anderen hier, die 20 laden können, da ist ja oben der Anhänger geschlossen. So. Wir fahren einfach mal mit. Ach. Ich kann's jetzt, glaub ich, kann ich's komplett? Ja. Ich kann's komplett ausblenden. Ja. Prima. Er wartet jetzt nicht auf den. Er fährt einfach durch. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird er wahrscheinlich hier rot bekommen. Aber er müsste, sobald der hier vorbei ist, eigentlich fahren. Ja. Er fährt. Ist ja schön. Ah. Ich liebe die Signale. Es wär cool, wenn's jetzt noch solche Fahrtssignale gäbe, wie bei Open Transport Tycoon. Aber gut. Man will ja nicht zu viel fordern. Da hinten am anderen Ufer des Sees wartet bereits der Sandkasten, der mit Sand gefüllt werden möchte. Ja. Fast wär die Kamera an der Baumspitze hängen geblieben. So. Da sind wir. Wunderbar. Wunderbar. 36 Sand. Bitte einmal abliefern. Danke. Kohle müssten wir jetzt ordentlich kriegen. Was haben wir denn grad? Ja. Immerhin 560 pro Stück. Ich will nichts sagen, aber die KI ist an der Stelle echt ein bisschen doof. Ich muss dir mal eben helfen. So ist es doch irgendwie besser. Und mir fällt grad ein, ich sollte vielleicht im Zuge dessen, dass mir die Stadt hier nix zubaut. Vielleicht selbst mal aktiv werden und was bauen. Hm. 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 So. Einfach nur als Platzhalter. Also hab ich nicht gesehen wie viel er verdient hat. Moment. Statistiken. Money earned 4000. Ja gut. Sei es drum. Aber da ist jetzt auf jeden Fall auch mal dafür gesorgt. Guck mal Haynes, dafür dass wir Haynes die ganze Zeit so stiefmütterlich behandelt haben. Hat Haynes fast gleich viele Einwohner wie... Wiredon. So die wollen immer noch sehr viel mehr Eisenerz wie wir ihnen bringen. Da könnten wir eigentlich mit mehr Nachschub weil unsere Lager sind zumindest mal voll. Und das ist jetzt das Tolle an dem Update. Wie ihr seht, ich brauche jetzt hier nur auf den Wiredon Hauptbahnhof zu gehen. Muss mir hier die entsprechende... Oh. Das läuft ja alles per Lkw. Wiredon Eisenerz. Tatsächlich. Das sind nur zwei Lkws unterwegs. Aber wenn das so ist... Machen wir einen dritten. Das soll ja nur wirklich nicht unser Problem sein. Achso und Hawaii wird wahrscheinlich dann auch per Lkw gerade. Ja natürlich. Ich würde echt gerne wissen was das mit Hawaii ist. Das... So langsam sieht es eher aus wie ein Tannenbaum. Wiredon entwickelt sich mehr so flächig. Schon auch ein bisschen länglich. Aber... Hawaii besteht ja quasi nur aus Querstraßen. Naja. Die werden schon wissen wie sie bauen. Ich will ja hier nicht noch einen auf... äh... Bürgermeister machen. Außer ich wäre natürlich Bürgermeister von so einer Stadt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf... dass ich mich in irgendeiner Stadt mal wieder finde. Oh warte mal. Die wollen ja hier mehr als sie eigentlich kriegen. 80 von 130 und... 96 von 145. Die Lager sind leer. Also es liegt nicht unbedingt an der Auslieferung. Es liegt dann doch eher an dem was sie bekommen. Dann schauen wir doch mal ob wir da nicht was erweitern können. Guck mal. Da können wir doch sowieso mal aktiv werden. Weil das sind ja noch die alten. Da könnten wir doch eigentlich mal auf die neuen... Anhänger gehen. So und wie viel sind das? 2... 1... 2... 3... 4... 5... 6 Anhänger. Also 30 Stück. Da könnten wir doch sicher dann mal auf 40 gehen. Go for Maintenance. Das ist eh Schwachsinn, dass hier Go for Maintenance steht. Weil es ist in dem Fall ja gar kein Maintenance. So. Ähm... 30. Jetzt müssen wir mal gucken. Was können wir denn hier... Wir wollen Eisenbarren. Ich entschuldige mich für das Moped im Hintergrund. Naja okay das ist jetzt doof. Mit 3 wären wir schon bei 45 statt 30. Da müsste ich jetzt quasi 2 von denen kaufen. Dann hätte ich aber nichts gewonnen. Dann müsste ich noch so ein Baby Anhänger da hinten dran hängen. Hm. Beziehungsweise ich habe ja gesagt wir können auch 40 draus machen. Ist halt ein bisschen doof weil die Lok könnte ja eigentlich schneller. als die 80. Aber wir sind durch die hier halt. Hm. Wobei auf der anderen Seite wenn die dann schneller kann. Ist die ja öfter da. Das heißt wir hätten auch eine Steigerung. Guck mal jetzt fährt die quasi statt 80 95. Das wäre dann also quasi eine Steigerung der Geschwindigkeit um knapp 20 Prozent. Wenn ich jetzt quasi das was wir an Steigerung durch die Geschwindigkeit haben umrechne auf das was wir quasi gerade transportieren. Moment 95 durch 80 ist 1,18. Und das da jetzt mal 30. Das heißt wir würden quasi gerade 35,6 Einheiten transportieren statt 30. Dann machen wir es doch so rum. Das muss ja nicht immer nur alles an der Anhängeranzahl abhängen. Man kann ja auch an der Geschwindigkeit drehen. So und bei dir sieht es im Prinzip gleich aus. Äh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gleiches Spiel in grün. Ne nicht ganz. Das sind 6 x 8. Das sind 48 die wir da hoch transportieren. Da könnten wir sicherlich auch auf 50 oder so gehen. Mal gucken was wir da in Auswahl haben. Ich verstehe doch immer nicht warum die Züge einfach stehen bleiben. Statt einfach weiter zu fahren oder dann einfach wirklich ins Depot zu fahren. Weil das ist irgendwie doof. Wenn ich jetzt dem hier sag geh ins Depot dann blockiert der mir den gesamten Bahnhof. Das ist irgendwie... Ich verstehe da die Denkweise nicht ganz. Aber gut. Darf ja jeder machen wie er will. Da haben wir jetzt 20. Das heißt 20 und 20 sind 40. Ich entschuldige mich für die Pferde im Hintergrund. Und nein es sind tatsächlich Pferde. Ich werde hier nicht mit Kokosnusschalen vor dem Mikrofon sitzen. Ich meine auch da ist es so, wenn wir da jetzt quasi 18% oben drauf hauen. Äh was wäre denn 40 x 1,18. Das wäre... Ne dann würden wir weniger transportieren als wir gerade transportieren. Das ist auch doof. Also wenn ich jetzt hier nur die 2 lösche. Dann wären wir bei 56. Statt 48. Das wären dann halt 8 mehr. Würde ich mal so probieren. Die nächste Steigerung wäre dann quasi 60. Wobei das dann halt nicht nur 60 wären, sondern halt auch noch schnellere 60. Das ist... Hm... Schwierig. Super. Du scheinst hier zu viel zu transportieren. Hawaii Güterbahn nur viel. Der legt... Der versucht mehr abzulegen als abtransportiert wird. Das können wir mal gucken. Hier sind wir noch nicht am Limit. Wir könnten also auch mehr abtransportieren. Dann schauen wir doch mal. Äh... Bei der Holzbalkenverteilung. Ist übrigens falsch. Das müsste Holzbalkenverkauf heißen. Ist aber nur einer mit 11. Da könnten wir theoretisch ja noch sagen, wir... Wir helfen ihm. Mit einem... Kleineren. Weil es halt auch doof ist. Ähm... Die sind ja auch langsamer. Das heißt, hinter denen ist dann quasi immer Stau. Das ist ja auch doof. Dann machen wir das lieber anders. Ja, ich möchte abbrechen. Dann klone ich den hier halt. Dann fahren die halt häufiger mal leer rum. Was soll's. Ne, na was? Nein, nicht individuelle Route. Na, was mach ich denn da? Hä? Hä? Ach, das ist ein Bug? Ich glaub ich hab grad einen Bug gefunden. Ah ja, okay. Okay. Wenn man das Fenster offen hat und ein neues Fahrzeug zu der Route hinzufügt, landest du trotzdem mit individueller Route. Das ist natürlich falsch. Das hat mich jetzt grad verwirrt. Okay, alles klar. Alles klar. Der ist eingestellt auf... Ah, Full Unload. Deswegen. Okay, das ist natürlich doof. Der kann theoretisch aber auch mehr Kohle verkraften.